oh nee oder soll ich mir denn noch mal schnappen jetzt stellt sich die frage wieviel schaden magst du wenn ich da bin das ist halt die frage ja ich komme dann immer raus jetzt habe ich ein problem ganz gewaltiges problem das ist doch scheiße scheiße ich hätte mal stehen sollen wo der speierpunkt ist super jetzt habe ich 3 rationen vergeudet ja wie soll denn alles gehen besser scheiße man ja 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 ja